Wer einmal anfängt, Chips oder Schokolade zu essen, kann oft schwer aufhören. Dann wird man halt süchtig davon und will immer wieder mehr, 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 weil es halt einfach gut schmeckt. Das gibt einem irgendwie ein High und das willst du immer wieder haben. Jeder kennt das, dass man in die Chips-Packung reinlangt und nicht mehr aufhören kann zu essen. Ja, das kenne ich allerdings bei Chips ganz besonders gut. Und es gibt auch eine Erklärung dafür, warum wir von bestimmten Lebensmitteln immer mehr wollen, erklärt Stefan Kabisch von der Berliner Charité. Zucker führt zu einem sehr angenehmen Gefühl in unserem Kopf, es löst einen Belohnungsreiz aus. Und dieser Belohnungsreiz sorgt dafür, dass wir gerne immer wieder Zucker zu uns nehmen, immer mehr davon zu uns nehmen und möglichst in allen Lebensmitteln diesen Zucker haben wollen. Andreas Hess von der Uni Erlangen-Nürnberg hat bei einem Versuch das Suchtverhalten von Ratten getestet. Das war bei Lebensmitteln mit einem Kohlenhydrat-Fettverhältnis von 50 zu 35 am größten. Und das scheint nicht nur für Ratten zu gelten. Dann kann man auf jede Chipstüte oder sonstiges gucken. Man findet ziemlich genau dieses Mischungsverhältnis. Ich bin Anne Schneider, Redakteurin aus der WDR-Verbraucherredaktion. Und ich bin Doc Esser, Lungenfacharzt, Kardiologe, Intensivmediziner tätig am Klinikum in Rammstein. Herzlich willkommen hier bei Frag Dich für den WDR 2 Gesundheitspodcast. Javi, wir haben wahrscheinlich alle Lebensmittel, bei denen wir nicht aufhören können, wenn wir einmal mit dem Essen angefangen haben. Bei mir sind es die Chips, ganz eindeutig. Deshalb habe ich wirklich fast nie welche zu Hause. Denn im Gegensatz zu guter Schokolade habe ich da das Gefühl, auch wirklich nur Schrott zu essen. Von Schokolade hat man ja auch irgendwie noch ein bisschen mehr. Was ist es denn bei dir? Nuss-Nougat-Creme? Ja, und zwar die Nuss-Nougat-Creme. Und deren Namen ich hier nicht sagen darf. Ja, dafür stehe ich sogar nachts auf. Davon träume ich, wenn die da ist. Aber es wird einem ja auch echt schwer gemacht. Junkfood ist ja wirklich überall verfügbar. Und in so vielen Fertiggerichten steckt einfach viel Zucker und Fett drin. Selbst wenn ich im Supermarkt eine gesunde Tiefkühl-Gemüse-Mischung suche, wird es schwer. Auch da packen die Hersteller mittlerweile oft eine Menge Zucker rein. Hast du denn einen ganz persönlichen Trick, wie du es schaffst, weniger ungesunde Snacks zu essen? Bei mir klappt es tatsächlich nur darüber, dass ich es weglasse. Also gar nicht erst im Haushalt haben und dann habe ich auch nicht das Verlangen mehr danach. Ansonsten muss ich gestehen, ich neige wirklich dazu, nachts aufzustehen und mir dann halt diese, ich habe wirklich nur diese Schwäche der Nuss-Nougat-Creme. Ansonsten bin ich eigentlich recht stabil. Aber das ist etwas, das lockt mich so sehr an. Dementsprechend lasse ich es da, wo es hingehört, nämlich im Supermarkt. Ja, aber wahrscheinlich wollen deine Kinder das doch ab und an mal essen, oder? Gott sei Dank die nicht. Die sind sehr, sehr herzhaft unterwegs. Da muss ich tatsächlich sogar gerade aktuell den Fleischkonsum etwas reduzieren, weil der einfach zu häufig ist. Also der Wunsch nach Fleisch ist zu häufig. Das Süße ist gar nicht mal so überbordern. Dementsprechend kaufe ich die nur für mich. Ich kaufe die gar nicht mehr. Okay. Ja, es gibt ja inzwischen einige Forscher, die sagen, manches Essen hat mehr mit Drogen zu tun als mit Lebensmitteln. Aber kann man von bestimmten Lebensmitteln wirklich richtig süchtig werden? Welche Inhaltsstoffe sind besonders problematisch? Was passiert im Gehirn, wenn wir sie essen? Ab wann spricht man von einer Essstörung? Und was können wir tun, um Chips und Schokolade öfter wegzulassen? Das besprechen wir alles in dieser Folge von Frag Dich Fit, dem WDR 2 Gesundheitspodcast. Hiwi, wie vor jeder Podcast-Folge haben wir auch diesmal in der Doc Esser macht den Besten Fit Facebook-Gruppe nach Fragen zum Thema gefragt. Und wir haben mit dem Essen, das süchtig macht, ganz offenbar einen Nerv getroffen. So viele Fragen und Kommentare hatten wir noch nie. Es ist halt menschlich, ne? Es ist total menschlich. Das freut mich, ich bin doch nicht der Einzige. Also vielen Dank euch allen dafür, die die Fragen gestellt haben und Kommentare gemacht haben. Ihr habt geschrieben, von welchem Essen ihr nicht die Finger lassen könnt. Ganz weit oben waren natürlich Schokolade und Chips, aber auch Gummibärchen und Co. Käse, Nuss, Nougat, Creme, Kuchen, Erdnüsse oder Kohlwurst waren dabei. Also alles mehr oder weniger Junkfood. Wieso ist das so? Weil die hochverarbeitet sind. Und weil die zum Teil sehr viel Zucker beinhalten. Und Zucker mögen wir. Weil die zum Teil Fette beinhalten. Und das mögen wir. Und noch schlimmer ist die Kombination aus viel Fett und Zucker. Diese Kombination gibt es in der Natur nicht. Also Obst hat viel Zucker, Fruktose, aber kein Fett. Das, was viel Fett hat, hat aber wieder weniger Zucker. Weil aber evolutionsbedingt unserem Körper klar ist, all das, wo ich viele Nährstoffe auf einmal vermute, das tut mir gut und das will ich haben, jagen wir natürlich den Produkten nach, wo beides drin ist und das finden wir nur in hochverarbeiteten Lebensmitteln und das ist immer Junkfood. Aber ist nicht in Muttermilch auch beides drin? Die ist doch relativ fett und süß. Du hast es gerade gesagt, relativ. Also das ist noch in einem Vergleich, was extrem hinkt, wenn du dir einfach mal anschaust, was in so einer Fertigpizza drin ist. Selbst in einer deftigen Fertigpizza oder wenn du dir einen Donut anguckst, der nicht selbst hergestellt ist, sondern eben industriell hergestellt ist, da fällst du schon vom Glauben ab. Das machen die Hersteller ja extra. Oder hier meine Nuss-Nougat-Creme. Ja, die besteht ja nur aus Fett und Zucker. Also ich meine, da ist sonst eigentlich nicht mehr viel drin. Aber das kickt dich halt total, weil dann Körper und vor allen Dingen der Geist sagt, boah. Das ist also das Süße in dieser Creme und das Fett. Also Energiegeber, dann ein Zuckerschock, der da kommt, plus ja, da sind noch ein paar Vitamine drin, aber die lassen wir mal unter dem Tisch fallen, weil die sind wirklich marginal. Das Beste aus einem Achtelliter entramter Milch in so einem ganzen Glas. Da musste man... Also ich finde, es ist das Beste. Das ist irgendwie lächerlich. Ja, genau. Ja, es gibt ja, jetzt darf ich diesen Ausdruck vielleicht auch wirklich einmal sagen, dann sind wir ja auch durch. Ich glaube, die meisten wissen, wovon wir reden. Wir reden hier vom Nutella-Effekt. Also das ist ein Fachausdruck von einigen Medizinern, Ernährungswissenschaftlern. Okay, das heißt, wir dürfen diesen Namen hier auch wirklich nennen. Wir dürfen ihn hier tatsächlich nennen, der letztendlich aber eigentlich all die Produkte beinhaltet, die viel Fett und viel Zucker parallel beinhalten. Hans findet aber gerade diese salzigen Snacks wie Chips, Flips oder Nicknacks, die kannte ich schon mal gar nicht schwierig, schreibt er. Da sind Stoffe drin, die dich immer weiter essen lassen, bis die Packung leer ist. Ist das jetzt das Salz oder womit hat das was zu tun? Ja, das ist unter anderem das Salz. Also auch Salz ist etwas, was dazu führt, dass wir immer mehr wollen. Aber was man nicht vergessen darf, ist in vielen dieser scheinbar herzhaften Snacks ist auch viel Zucker drin. Also ich gebe ja immer das Beispiel der fettreduzierten Chips-Tüte. Da steht da drauf, 30% weniger Fett. Und dann gehe ich davon aus, dann ist das ja schon fast gesund. Zumindest werde ich nicht ganz so schnell dick davon. Ja, ich würde ja eher davon ausgehen, 30% weniger Fett. Du musst ja überlegen, Fett hat doppelt so viele Kilokalorien wie Kohlenhydrate. Dann wirst du ja von dem Veratmen dieser Tüte eher dünner als dicker. Aber wenn du dann hinten drauf guckst und das vergleicht seine Original-Tüte, da sind überall die gleichen Kilokalorien drin. Das liegt einfach daran, dass dann, damit es überhaupt noch schmeckt, statt dem Fett unheimlich viel Zucker zugefügt wird. Und so ist es eben bei vielen anderen herzhaften Produkten auch. Wir wissen gar nicht, wie viel an Zucker oder schnellen Kohlenhydrate, also all das, was auch schnell geknackt wird von unserem Magen, Darm und dann sehr schnell in unsere Blutbank kommt, zu einer Insulinausschüttung führt, wie viel da eigentlich drin ist. Aber was passiert denn im Körper und vor allem in unserem Gehirn, wenn wir solches Junkfood essen? Also warum können wir da nicht mehr aufhören? Naja, also zum einen wird Dopamin ausgeschüttet. Und Dopamin ist ein Glückshormon. Und wir fühlen uns einfach wohl. Serotonin wird ausgeschüttet. Es gibt ebenfalls wiederum ein Glückshormon. Wir wissen, dass das sogenannte Triatum aktiviert wird. Das ist ein Bereich des Frontalhirns, was wichtig ist für das Belohnungssystem, was allerdings auch eine große Rolle spielt bei Süchten. Was ich aber noch viel interessanter finde, ist, dass es zumindest Hinweise gibt, dass auch unsere Cannabinoiden-Rezeptoren in den Hörern, wir haben also tatsächlich Cannabis-Rezeptoren, also THC letztendlich, dass die scheinbar auch auf diese Art von Lebensmitteln extrem gut reagieren. Das heißt, es ist wie ein Joint oder was? Es reagiert ähnlich, ja. Es ist nicht wie ein Joint, sondern es hat die gleiche Wirkung. Also die Cannabinoiden-Rezeptoren, die springen an und sorgen dann eben für ein Wohlgefühl. Und das sorgt wiederum dafür, dass wir so schnell zu diesen hochverarbeiteten Lebensmitteln greifen. Weil man muss auch wiederum sagen, es sind immer nur diese hochverarbeiteten Lebensmittel. Es sind nicht die Bohnen. Das heißt, da passiert wirklich was im Gehirn, was man vielleicht auch durch Nikotin, Kokain oder ich weiß nicht was kriegen kann? Ja, es gibt ja dieses berühmte Ratten-Experiment, wo man Ratten die Möglichkeit gegeben hat, in der letzten Stufe sogar intravenös Kokain zu bekommen oder stattdessen Zucker. Und die Ratten sind immer auf Zucker gegangen. Oh. Weil das Verlangen stärker war als das Verlangen nach Kokain. Und was ich auch ganz, ganz spannend finde, wir werden ja nachher noch ein bisschen über die Sucht sprechen. Aber wenn du dir letztendlich anguckst in einem MRT, da schiebst du Drogenabhängige, die kokainabhängig sind, rein und du schickst Menschen rein, die Donuts gegessen haben. So eine Studie leuchtet dann halt in beiden Gruppen die gleichen Gehirnregionen auf. Also es gibt gewisse Hinweise, dass man schon hier von einer Sucht sprechen kann. Auch wenn wir nicht den einen Stoff haben. Also du hast ja zum Beispiel bei den Zigaretten Nikotin. Da weißt du einfach, bei Amphetamin ist es das Amphetamin und so weiter und so fort. Das gibt es ja bei den Nahrungsmitteln nicht. Du kannst ja jetzt nicht einfach nur sagen, es ist das Zucker. Sondern es ist ja immer eine Kombination. Es ist die Nahrungsmatrix, die scheinbar dazu führt, dass wir ein Suchtverhalten entwickeln. Alle? Alle was? Alle Menschen. Ja, also es gibt natürlich Menschen, die haben eine genetische Vorbelastung und reagieren etwas empfindlicher. Das weiß man mittlerweile auch. Aber das Risiko ist erstmal für alle da. Aber das finde ich ganz spannend, dass du sagst, es gibt Menschen, das könnte man nachweisen, die generell einfach sensibler reagieren auf viele Stoffe. Und die reagieren natürlich dann auch auf diese Kombination von Zucker, Fett oder vor allen Dingen viel Zucker. Jetzt ist ja super verbreitet, dass man Chips, Schokolade und Co. quasi inhaliert. Also die sind dann in Nullkommanix weg. Aber ist es auch so, dass sich das Gehirn mit der Zeit verändert, wenn man viel davon isst? Also so, dass es mit der Zeit noch schwieriger wird, darauf zu verzichten? Ja, leider schon. Und das konnte man auch wiederum in diversen Studien nachweisen. Und da ist man zum Beispiel hingegangen und hat Probanden genommen, in zwei Gruppen eingeteilt. Die einen mussten sehr zuckerreiche, fettreiche Dinge essen, die anderen zuckerarm, fettarm. Und dann durften die sich letztendlich Nahrungsmittel aussuchen. Und man hat geguckt, wonach greifen die? Und was schmeckt denen? Was finden die appetitlich? Und bei denen, die sich sehr zucker- und fettreich ernährt hatten, die haben nie wieder auf gesunde Lebensmittel zurückgegriffen, sondern auf noch zuckerreiche und noch fettreichere Lebensmittel. Also sie sind direkt zu Milchhex gegangen, die explodiert sind vor Zucker und Fett und fanden das auch lecker. Im Gegenteil, sie fanden gesunde Ernährung eher widerlich und konnten da überhaupt gar keinen Geschmack mehr dran finden. Das fängt leider in unserem Gehirn an und fängt leider auch bei den Kindern an. Dementsprechend ist es ja auch so wichtig, dass die Kinder eine ausgewogene Ernährung bekommen. Und kann man sich das wieder abgewöhnen? Also ich meine, man kann sich auch das Kaffee mit Zucker trinken abgewöhnen. Absolut. 60 bis 90 Tage dauert das ungefähr, sagen die Studien. Dann bist du wieder resettet und kannst nochmal neu starten. Sabine hat eine Frage, die wahrscheinlich sehr vielen aus dem Herzen spricht. Wie kommt es, dass ich mir hundert- oder gefühlte tausendmal vorm Einkaufen sage, kauf einfach nichts Süßes und wenn ich dann unterwegs bin, doch wieder nach der Kekspackung greife. Obwohl ich mir sogar vorm Ladeneingang gesagt habe, heute gibt es nichts Süßes oder sonstiges Zeug. Was läuft da im Gehirn schief? Da läuft erstmal gar nichts schief. Das ist ja das Perfide an den Verkäufern und Verkäuferinnen. Also zum einen, das fällt mir ja jedes Mal auf, und ich kriege ja auch jedenfalls einen Wutanfall. Grundnahrungsmittel stehen extrem weit auseinander. Ja, und immer ganz unten. Muss noch nicht mal sein, aber letztendlich so, dass du immer gezwungen bist, durch den ganzen Verkaufsshop zu rennen. Und dann rennst du natürlich an den Waren vorbei, die verkauft werden sollen, wo auch die Nahrungsmittelhersteller wissen, das funktioniert sehr gut. Und da steht ja dann unter anderem entweder die Ramschware oder aber Süßes. Und Süßes steht dann auch immer so, dass entweder deine Kinder es entdecken können. Die Quengelkassen, ja. Die Quengelkasse oder aber bei dir so in Augenhöhe, dass du auf jeden Fall gut rankommst. Dann geht es weiter. Achte mal drauf. Du hast immer künstliches Licht, keine Fenster. Das ist extra, damit du keine Tageszeit siehst, damit du dir viel Zeit nimmst. Und die haben eine Wohlfühltemperatur. Das heißt, du schlenderst da so durch und lässt dich inspirieren. Du lässt dich immer nur von dem inspirieren, was du sowieso gut findest. Und das sind meistens leider die Süßigkeiten, ungesunde Sachen. Und dann spekulieren die auch noch darauf, dass du keinen Einkaufszettel hast, sondern Hunger. So. Einkaufszettel bedeutet, du fährst stohle ich deine Runde ab und ärgerst dich, dass du viel fährst. Aber es ist alles links liegen. Hunger. Und da bin ich zum Beispiel einer der schlechtesten Einkäufer. Ich fahre oft mit Hunger da rein. Oh ja, nee, das darf man gar nicht machen. Ich habe den Wagen nachher voll mit irgendwelchen Scheiß. Und das ist immer schlecht. Also das heißt, das ist absolut nachvollziehbar, was die Hörerin uns da schreibt. Also am besten tagsüber da hinfahren. Du solltest gegessen haben und einen Einkaufszettel haben, dann passiert das Ganze auch nicht. Und dich wirklich sklavisch daran halten dann. Das ist dann doch die nächste Challenge. Ja, aber nochmal, wenn du sowieso satt bist und du hast kein Hungergefühl und du hast diesen wirklich neutralen Einkaufszettel, passiert das auch nicht. Es passiert immer nur dann, wenn du so spontan mal irgendwo reinrennst. Jetzt ist es kein Geheimnis, dass zu viele stark verarbeitete Lebensmittel mit viel ungesunden Fett oder Zucker nicht gut für uns sind. Das erzählst du in jedem zweiten Podcast. Und sie sind ja auch mitverantwortlich dafür, dass immer mehr Menschen in Deutschland übergewichtig sind. Das gilt, hast du auch gerade gesagt, besonders schlimm auch schon für Kinder. Fass doch nochmal zusammen. Mit welchen Erkrankungen müssen wir rechnen, wenn wir davon zu viel essen? Das sind alle Wohlstandserkrankungen, die wir so kennen. Das ist der arterielle Bluthochdruck. Das ist der Diabetes mellitus Typ 2. früherer Alterszucker. Ich nenne es mittlerweile den Juvenilenzucker. Aber zu unterscheiden, zum angeborenen genetischen Defektzucker. Es ist das Übergewicht als solche, was aufgrund seines Bauchfettes hormonell an vielen Stoffwechselvorgängen im Körper teilnimmt. Und dann kommen noch so Parallelerkrankungen wie Gicht und so weiter rein. Also es ist etwas, was wir dringend vermeiden sollten. Ach so. Und was ich mal hier vergesse zu sagen, die Depression und die Demenz werden natürlich auch durch eine solche Annäherung beeinflusst. Das ist schon echt der Hammer. Ja, also das ist der totale Hammer. Judith hat noch eine Nachfrage speziell zum Thema Zucker. Ich bin schlank und habe keinerlei Neigung zum Übergewicht. Allerdings konnte ich mir bis heute meine Neigung zum Zucker nicht abgewöhnen. Daher meine Frage. Schadet er auch, wenn man keine Gewichtsprobleme hat? Etwa im Hinblick auf die psychische Gesundheit? Wenn ohnehin eine Neigung zu einer agitierten Depression oder Angststörung besteht? Ja, würde ich die Finger davon weglassen. Also da gibt es gute Studien zu, die gezeigt haben, dass Menschen, die zu viel Zucker oder leere Kohlenhydrate zu sich nehmen, wiederum ein größeres Risiko für die Entwicklung von Depressionen, Melancholie oder Angststörungen haben. Das liegt unter anderem daran, dass diese übermäßig zugeführten Zuckermoleküle bei uns eine Entzündungsreaktion hervorrufen, die doch deutlich größer ist als gedacht und auch für allen Dingen mehr Einfluss hat, auch auf unsere emotionale Stabilität. Die unter 30-Jährigen, die mehrfach die Woche Junkfood zu sich nehmen, die haben ein höheres Risiko für Depressionen aufgrund der Junkfood. Die Familien, die sagen, bei uns wird aber keine Junkfood gegessen, aber wir nehmen viele Kohlenhydrate zu uns, vor allen Dingen schnelle Kohlenhydrate, die haben wiederum ein höheres Risiko, dadurch Depressionen oder andere psychische Erkrankungen zu entwickeln. Wow. Du hast ja gerade schon gesagt, dass sich Zucker auch auf Entzündungen im Körper auswirkt. Darüber haben wir ausführlich in der Folge zur anti-entzündlichen Ernährung gesprochen kann. Essen, Krankheiten heilen, heißt die. Wir verlinken sie euch auch nochmal in den Shownotes. Und wir haben auch in unserem Buch zum Podcast das nochmal zusammengefasst in einer Folge. Das Ganze angereichert mit anti-entzündlichen Rezepten von Anja Tanners. Das Frag dich Fit Buch kriegt ihr beim Buchhändler eures Vertrauens, wenn ihr mögt. Oder bei uns. Einfach anschreiben, dann mit Widmung. Ja, stimmt. Allerdings dann doppelt zu teuer. Nee, zum Normalpreis. Aber es ist ein knaller Buch, kann ich nur empfehlen. Kannst du trotzdem nochmal kurz die Auswirkungen von Zucker auf die Entzündungen im Körper zusammenfassen? Ja, also Zucker unterstützt Entzündungsreaktionen. Du musst dir das so vorstellen. So wie wir beide hier stehen, obwohl wir beide gerade kerngesund sind und aufrecht stehen, laufen Entzündungen im Körper ab. Die werden aber leider durch übermäßigen Konsum von Zucker unterstützt. Das weiß man. Das muss aber nicht nur Zucker sein, das können auch Kohlenhydrate sein, die ja nichts anderes sind als Zucker, wenn sie denn nicht komplex sind, sondern einfach oder zweifach Zucker sind. Also der Haushaltszucker, der Industriezucker, Fructose, all das sind letztendlich Stoffwechselprodukte, die extrem einfach in unsere Blutbahn gelangen. Wiederum für die Insulinausschüttung sorgen. Insulinpeak, den möchtest du auch ebenfalls nicht haben, sondern möchtest eine gleichmaßige Insulinausschüttung haben. Aber letztendlich zu viele Zucker, zu viele Kohlenhydrate unterstützen Entzündungen im Körper oder lösen die sogar aus. Und diese Entzündungskaskade kannst du nur dadurch durchbrechen, wenn du wirklich Zucker konsequent weglässt. Also gegen Rheuma und ich weiß nicht, alle möglichen Erkrankungen, die der Ausgangsschüttung haben. Es hilft einem gesunden Menschen. Also ich mache ja ab und zu so eine Zuckerentzugskur. Davon soll ich jetzt nicht sagen, weil es ist ja hart umstritten, ist es eine wirkliche Sucht oder nicht. Aber ich stelle immer wieder fest, man fühlt sich nach wenigen Tagen unfassbar vitaler und besser. Also für unsere Zellvitalität sollte man tunlichst den Zuckerkonsum einschränken. WDR 2 fragt dich fit. Jeden Freitag neu. In der WDR 2 App und der App der ARD Audiothek. Zur Sucht passt auch das, was André in der Facebook-Gruppe geschrieben hat. Er schreibt bitte im Podcast den Begriff Sucht richtig gebrauchen. Essen, bei dem man nicht aufhören kann und Sucht sind doch schon zweierlei. Aber genauso, es gibt ja die anonymen Alkoholiker, da gehst du hin, wenn du ein Alkoholiker bist. Aber es gibt auch die anonymen Esssüchtigen. Also das ist ja ein gewisses Indiz dafür, dass Zucker, Fett und Junkfood wirklich süchtig machen im medizinischen Sinn. Richtig. Also was sind denn überhaupt die Punkte, die eine Sucht ausmachen? Das ist ja erstmal, du hast ein unfassbares Verlangen und gehst auch weite Wege, um das Zeug zu beschaffen. Dann hast du die Tendenz zur Dosissteigerung, weil du nicht mehr den Kick bekommst. Dir ist bekannt oder du weißt, dass ein übermäßiger Konsum deiner Gesundheit schadet, aber du machst es trotzdem. Und du hast zum Teil dann einfach auch einen Verlust über die eigene Kontrolle, weil du es jetzt unbedingt haben musst und merkst, dass es dir psychisch und auch physisch zunächst gut tust, wenn das eine konsumiert wird, aber auf Dauer dir damit schadet. Und damit hast du eigentlich viele Punkte einer Suchtkomponente beschrieben. Ich hatte es eingangs schon bemerkt. Das große Problem und das sagen immer die Kritiker ist, wir haben nicht den eigenen Wirkstoff, der wirklich tatsächlich für eine Sucht sprechen könnte. Und wir haben auch keinen Rausch in dem Sinne. Also muss man sagen, wenn du jetzt eine Tafel Schokolade isst, ist es glaube ich nicht vergleichbar, wie wenn du dir eine Line Kokain ziehst oder Ähnlichem. Man muss aber auf der anderen Seite sagen, wir akzeptieren auch die Spielsucht beispielsweise. Sonst hätten wir nicht diese ganzen Spielhöllen. Trostlos in den Einkaufsstraßen sind. Und da hast du letztendlich auch keinen Stoff, der das alles auslöst. Und trotzdem ist es ein anerkanntes Suchtverhalten. Das ist ja genau das, was die Fürsprecher für eine Sucht hier auch die ganze Zeit dann immer wieder gebetsmüllartig wiederholen. Wir haben es hier auch mit einem Suchtverhalten zu tun. Und ich muss gestehen, ich würde auch eher danach gehen, als zu sagen, es handelt sich hier um keine Sucht. Sondern wir müssen letztendlich ja die Hersteller dazu auffordern, diese ungünstigen Kombinationen von Fett und Zucker zu vermeiden beziehungsweise dann auch Abschluss zu deklarieren, dass das zu einem sehr ungesunden Lebensstil führen kann, der dann eben krank macht, im schlimmsten Fall sogar tötet. Also deswegen, ich sehe das eigentlich auch eher als Sucht an. Aber ab wann redest du denn von einem suchtartigen Verhalten? Also wenn ich da abends meine Schokolade auf dem Sofa esse und halt dann die Tafel plötzlich weg ist, das ist ja wahrscheinlich noch keine Sucht. Nein, aber wenn du übermäßig konsumierst, wenn du die Kontrolle verlierst, hast, wenn du Schuldgefühle nach dem Konsum beispielsweise hast, wenn du viel tust, um an das jeweilige Ding ranzukommen, wenn du bereits körperliche oder psychische Einschränkungen hast, dann wird man von einer Sucht sprechen. Und deswegen ist das ja an dieser Stelle eigentlich schon so, dass man sagen kann, es gibt Menschen, die sind schon sehr eingeschränkt durch den Nahrungsmittelkonsum, weil sie eben so viel konsumieren müssen und nicht davon kommen, dass man von einer Sucht sprechen kann. Wie gesagt, wir haben keinen Stoff, der per se auslösbar ist. Es sind also mehrere Faktoren, die da zusammenkommen, aber auf der anderen Seite gibt es diverse Süchte, wo wir eben den eigentlichen Ursprung gar nicht klassifizieren können, aber das dennoch als Sucht anerkennen. Aber es gibt ja diverse Essstörungen, die Ärztinnen und Ärzte seit Jahren diagnostizieren. Ich glaube, da müssen wir jetzt auch mal so ein bisschen sauber voneinander abgrenzen. Die häufigste Essstörung ist ja zum Beispiel das Binge-Eating. Da haben Betroffene extreme Essanfälle, die sie eben nicht kontrollieren können. Liegt das wirklich am Suchtpotenzial von Junkfood oder hat das Binge-Eating nicht eher mit psychischen Ursachen zu tun? Also es gibt drei große Essstörungen. Das ist einmal die Magersucht, die Anorexie. Dann ist es die Bulimie. Das ist eine Essstörung, wo man das Gewicht hält, weil man immer wieder das Essen versucht zu erbrechen oder durch Abwehrmittel versucht zu regulieren oder durch extrem viel Sport. Aber Bulimie ist eigentlich vor allen Dingen durch das Erbrechen gekennzeichnet. Und dann gibt es eben dieses Binge-Eating-Störung. Die zeigt sich aber eher dadurch, dass du aufgrund von diversen Einflussfaktoren, es gibt Risikofaktoren, es gibt Ursachen, dazu neigst, immer wieder extrem große Mengen an Essen zu konsumieren. Das muss tatsächlich nicht immer nur Süßes sein oder Ungesundes, ist aber in den meisten Fällen so. Und die Personen, die daran leiden, die haben oft schon viele Diäten hinter sich. die haben ein sehr niedriges Selbstwertgefühl. Das sind emotionale Esser. Das heißt, die verbinden auch was. Die essen, um den Stress wegzubekommen, um endlich mal zu entspannen. Deswegen wird Binge-Eating-Störung auch als psychische Erkrankung gewertet. Und weil man da letztendlich dann auch versucht, über Verhaltenstherapien genau das zu besprechen. Margit fragt dich, ob es das emotionale Essen ist, was uns auch wirklich daran hindert, gesund beziehungsweise kontrolliert Süßigkeiten zu essen. Also ist eher die Psyche der Grund für diesen Kontrollverlust oder sind es doch die Inhaltsstoffe? Es ist eine Kombination. Also erstmal finde ich emotionales Essen per se nicht verkehrt. Weil was bedeutet emotionales Essen? Tröstet einen ja auch irgendwie so. Nee, das ist blöd. Jetzt hast du genau mir natürlich da schon reingeschossen. Weil dann wird emotionales Essen problematisch. Aber du kannst ja zum Beispiel emotionales Essen auch in einer Art und Weise sehen, dass dich das an die Vergangenheit erinnert. Das heißt, du isst die Hühnersuppe und bist erinnert an Mama. Also ich zum Beispiel. Oder Möhrengemüse zermatscht, baust du Straßen rein, machst du es heute. Mama mit Frikadella am besten. Das sind die positiven Dinge. Problematisch wird es aber dann, wenn du emotional isst, weil du dadurch Entspannung erfährst, weil du Stress abladen kannst, weil dich das aus dem Alltag rausholt. In diesem Falle nimmt es dann eine Funktion ein, die Essen eigentlich nicht mehr haben sollte. Das heißt also, du hast oft keinen Hunger, sondern du machst eine Nahrungsaufnahme aus einem Gefühl heraus. Du nimmst vor allen Dingen Speisen, die Wohlbefinden auslösen. Das wäre jetzt beispielsweise bei mir hier Mama, die Bratwurst mit Möhrengemüse oder die Frikadelle, aber die meisten greifen zu süßen Lebensmitteln. Du reduzierst deinen Stress damit und hast danach vor allen Dingen Schuldgefühle. Wenn das so die Dinge sind, die jetzt einige vielleicht mit Ja beantworten können, ja, dann haben die ein problematisches, emotionales Essen. Ja, Rüdiger, wir wissen, ob psychische Erkrankungen wie Angststörungen und Depressionen auch etwas mit Essstörungen und Esssucht zu tun haben oder zumindest haben können. Absolut. Also, man weiß oft nicht, was ist Henne und Ei. Also, wer depressiv ist, der wird sich wahrscheinlich eher schlechter ernähren, weil er überhaupt nicht in der Lage ist, frisch zu kochen. Und er wird oft, wenn er eine lange Depression hat, vielleicht auch gar nicht das Geld haben. Also, der schlechte Lebensstil ist durch die Depression bedingt und das wiederum bedingt die Depression. Du merkst, hier ist das relativ schwierig. Was ganz klar ist, ist, Essstörungen gehen oft einher mit psychischen Erkrankungen. Psychische Erkrankungen gehen oft mit Essstörungen einher. Und dementsprechend auch das Übermäßige, hier Binge-Eating beispielsweise, weiß man, dass Menschen mit einem Hang zur Depression, zur Melancholie, zu Panik- oder Angststörungen dazu neigen. oder man kann eben auch anders sagen, Menschen mit einer Angststörung, mit Depressionen, werden öfters wahrscheinlich übermäßig Essen konsumieren. Ist leider so. Essen ist sehr stark assoziiert mit psychischen Erkrankungen. Ja, Essstörungen können natürlich auch in die andere Richtung gehen, nämlich, dass die Betroffenen gar nichts mehr essen. Damit beschäftigt sich das SWR-Radio-Feature Gefährliche Freundschaften im Hunger nicht allein. Da geht es um Chatgruppen oder Foren, in denen sich Magersüchtige und Bulimikerinnen austauschen, also Menschen mit Essbrechtssucht. Die Mitglieder verherrlichen die Krankheiten und motivieren sich dann gegenseitig noch mehr abzunehmen. Und diese Online-Welt ist echt erschreckend und vor allem wahnsinnig gefährlich. Und weil wir diese Recherche wirklich wichtig finden, verlinken wir euch die Sendung in den Shownotes. Halbi, die große Frage ist ja, was kann ich tun, wenn ich zu viele von diesen ungesunden Lebensmitteln esse? Und dazu passt die Frage von Sissi, nämlich, wie wir das in der Kindheit eingeprägte Essverhalten wieder umkonditioniert bekommen. Also zum Beispiel Essen, bis der Teller leer ist oder Naschzeug als Belohnung oder Trostpflaster, wenn man krank ist. Oder bei uns vielleicht auch das ganz typische Feierabendbier nach einem harten Tag oder nach dem Podcast. Das Letzte habe ich nicht verstanden. Okay. Auf die anderen Sachen kann ich natürlich eine Antwort geben. Es funktioniert tatsächlich nur, wenn ich das weglasse, also mich gar nicht erst den Süchten hingebe oder für mich sehr gut reflektiere, warum ich das denn jetzt zu mir nehme. Also auch da kommt ja, was wir schon sehr, sehr oft in diesem Podcast haben, dieses bewusste Essen wieder zur Sprache. Das heißt, wirklich hinterfragen, habe ich gerade Hunger oder habe ich Appetit? Dann, wie wird die Speise zubereitet? Handelt es sich um eine Fertigpizza oder fange ich an zu kochen? Was ja nochmal ganz. Wie zelebriere ich das? Es gibt immer wieder die Anekdote, dass zwei gegenüber sitzen. Es ist ja oft auch etwas Gemeinschaftliches und die wollen was sagen und stopfen sich aber noch schnell ein bisschen in den Mund und dann wird der schnell gekaut und runtergestockt, damit man was sagen kann. Das sind so die schlechtesten Dinge, die man letztendlich bei solchen Sachen machen kann. Und dann natürlich auch bitte hochverarbeitetes weglassen. Alles, was im Fertigbereich ist, sollte man zu Hause bitte nicht haben. Und auch nicht, was eine Kombination hat aus viel Fett und viel Zucker. Also ich lasse das Zeug auch wegkriegen in meiner Nuss-Nougat-Creme und kaufe die nur im seltensten Fall, weil ich einfach weiß, ich komme in schwachen Momenten nicht drumherum. Das heißt, diesen Prozessen, die da im Hirn ausgelöst werden, die so ein bisschen suchtähnlich sind, denen können wir nur begegnen oder entgegenwirken, wenn wir das Zeug einfach gar nicht kaufen. Genau. Oder du bist wirklich ein so reflektierter Mensch, dass du Punkt für Punkt durchmarschierst und das gelingt mir zum Beispiel sehr, sehr gut. Das heißt, wenn ich gerade in dem Modus bin, boah, ich lebe ein gesundes Leben und ich mache viel Sport, dann ist alles fein. Aber wenn ich zum Beispiel auch massiv gestresst nach Hause komme, vielleicht sind noch zwei Kinder krank jetzt in den letzten Tagen und dann habe ich diese berühmte Nuss-Nougat-Creme stehen, dann verbinde ich schon damit Entspannung und Wohlfühlgefühl, wenn ich dann im Bett liege und mit dem Löffel da reinmarschiere. Aber wie es auch viele unserer Hörer und Hörerinnen beschrieben haben, man fühlt sich einfach danach nicht gut, man fühlt sich scheiße. Und das sollte vermieden werden. Und ich weiß ja sehr, sehr genau, woher das kommt. Das ist einfach die persönliche Überlastung und deswegen habe ich sowas lieber nicht im Hause, weil ich dann mir eingestehen muss, ich bin einfach zu schwach. Also Margits Frage spricht mir so richtig aus dem Herzen. Sie fragt nämlich, was fehlt meinem Körper an Vitaminen, Nährstoffen, dass ich süßen oder auch salzigen nicht widerstehen kann? Also gibt es da überhaupt einen Zusammenhang? Weil ich renne auch manchmal zum Bäcker, weil ich das Gefühl habe, akut, akut unterzuckert bin und mir sofort ein Stück Kuchen reinziehen muss. Der gesunde Mensch kann eigentlich als solche nicht unterzuckern, sondern irgendwann kommt die Leber und die liefert dann letztendlich all das, was notwendig ist. Aber es gibt eben auch beim gesunden Menschen Momente, wo Kohlenhydrate ganz gut wären und das ist dann eben der Jap. Und der folgt aber meistens zum Beispiel nach einem sehr kohlenhydratreichen Essen, was du dir reingezogen hast. Das ist jetzt bei dir nicht der Fall, sondern bei dir ist es ja eher der Gegenteil. Aber viele haben durch eine übermäßige Insulinausschüttung danach so einen Insulinabfall, der dann dafür sorgt, dass du wirklich in so einen Zucker, in eine Unterzuckerung reingerätst. Und das sollte man eben auch vermeiden. Das kannst du eben dadurch vermeiden, dass du in diesem Falle regelmäßig beispielsweise isst und guckst, dass du gute und gesunde Kohlenhydrate zu dir nimmst. Dann liegt es wahrscheinlich da dran. Ich glaube auch eher. So und der Jap nach Süßem oder Salzigem kann auf einen Nährstoffmangel hindeuten, aber ganz ehrlich, die meisten werden das akut gar nicht merken, sondern das sind ganz andere Hinweise. Das siehst du zum Beispiel an den Fingernägeln, an der Haut, an den Blutwerten, ob wirklich ein Nährstoffmangel vorhanden ist oder nicht. Ich befürchte eher dazu, dass wir einfach manchmal eben dieses Süße oder dieses Heizige brauchen, um unseren ganzen Stress abzuladen und einfach mal für ein paar Minuten zu entspannen. Gini schreibt uns, ich habe früher quasi alles inhaliert, was irgendwie fettig war. Dick Mayo auf Brot, viel Butter, alles mögliche frittiert, was auch immer. 2012 die gesamte Ernährung über den Haufen geworfen. Heute wird mir kotzübel, wenn ich irgendwo zu viel Fett esse. Manchmal schon interessant, wie man sein Hirn beziehungsweise den Körper umgewöhnen kann. Also ich kenne jetzt auch Leute, die länger auf Zucker verzichtet haben und Ähnliches erzählen. Was verändert sich denn im Körper, wenn man länger auf diese Fette und Zucker verzichtet? Also bei vielen verändert sich erstmal die Leber. Ja, also die, die eine Fettleber haben, eine sogenannte Steatosis, die bildet sich komplett wieder zurück und wird zu einer gesunden Leber. Wir nehmen natürlich automatisch ab. Das Hautbild wird meistens besser. Unsere Zellvitalität steigt. Die Entzündungsreaktionen im Körper nehmen ab. Der oxidative Stress wird reduziert. Also es macht schon Sinn, auf Zucker zu verzichten. An dieser Stelle wieder der Appell, Fette brauchen wir, Zucker brauchen wir nicht, wenn wir gesund sind. Das heißt, wir dürfen weiterhin auch diese Energiegeber und Geschmacksverstärker zu uns nehmen. Das ist nicht das große Problem. Das große Problem ist eher die Kombination aus beidem und dann eben singulär der Zucker als solche. Leni hat uns über Instagram kontaktiert. Sie fragt, wie eine Therapie aussehen kann, wenn man eine emotionale Esserin ist, also isst, um negative Gefühle zu überdecken und positive zu generieren. Also Verhaltenstherapie oder welche Therapieform macht da Sinn? Du hast es ja schon gerade genannt. Es ist die Verhaltenstherapie und man geht da natürlich auf Ursachenforschung. Was sind denn die Gründe dafür, dass man mit Essen diese Emotionen verbindet? Was löst emotionales Essen aus? Wie sieht der Alltag aus? Wo sind die Stressmomente? Was sind vielleicht auch Erinnerungen, die man damit bestärkt oder auch verhindern möchte? Also das gehört eben dazu. Und das wird man dann versuchen auszulöschen oder zu mindern. Aber wenn man eine wirklich massive Essstörung hat, dann kriegt man das wahrscheinlich ohne professionelle Hilfe sowieso nicht hin. Oder wie ist da deine Erfahrung? Die Essstörung als solche, wenn man wirklich eine Essstörung hat, also einer der großen Anorexie, Bulimie oder auch Binge Eating, gehört in professionelle Hände und da sollte man bitte zum Psychologen, Psychiater gehen. Meistens muss auch noch mal der Internist schauen, weil es kommt gerade bei den Anorexien zu wirklich ernstzunehmenden Begleiterkrankungen. Und leider kommt es beim Binge Eating irgendwann auch. Zunächst sind das oft schlanke Personen, die müssen nicht immer dick sein, aber kommt es dann auch zu einer Adipositas. Das heißt also zu einem ausgeprägten Übergewicht, was ja auch wiederum die ganzen Erkrankungen und das Risiko für diverse andere Erkrankungen steigert, sodass da auch meistens dann noch mal der Internist hinzu muss. Ja, Heiwi, lass uns noch mal zusammenfassen. Was für Lebensmittel sind besonders suchtfördernd? Das ist recht einfach. All das, was schon fertig ist, das lasse ich weg. Und wenn ich das weglasse, dann geht es mir auch direkt besser. Regional, saisonal, frisch gekocht, singulär. Alles das, was draußen wächst, kann ich nehmen. All das, was in einer Industrie wächst, das lasse ich am besten weg. Also die Fertigpizza wächst an keinem Baum, sondern die wächst durch einen guten Industrieverkäufer und der wird dadurch reich und wir werden dadurch krank. Und was ist dein wichtigster Tipp, wie wir es hinkriegen, diesem Essen zu widerstehen? Ist ja auch irgendwie lecker. Reflektieren, reflektieren, reflektieren. Ich sage nichts dagegen, dass man sich abends mal eine Tafel Schokolade reinzieht, aber damit ist dann gemeint, abends einmal auf einmal im Monat. So, und wenn du den Rest des Monats dann auch einigermaßen gesund und ausgewogen lebst und nicht den Jab danach hast und dich nicht quälen musst, dann hast du sicherlich kein Suchtverhalten. Nach wie vor ist die Wissenschaft hin und her gerissen, ob es sich um eine lupenreine Sucht handelt. Aber, und das findet man im Internet auch sehr häufig, bis in die 80er haben die Wissenschaftler auch hart darum gerungen, ob Zigaretten eine Sucht sind. Ach. Ja, und die Zigarettenindustrie hat das auch bis spät in die 80er dementiert durch Gegenstudien, bis irgendwann klar war, dass Nikotin ist das, was süchtig macht. Und ich denke, wir werden irgendwann das auch für Schokolade, Fertigpizza und Co. finden. Solange wir es nicht finden, dann halten wir es doch mit der Glücksspielsucht. Hier haben wir noch keine Ursache, aber dennoch haben wir sie als so klassifiziert und ich glaube, lieber etwas mehr Vorsicht walten lassen, als nachher krank zu sein und mit den diversen Risiken leben zu müssen. Das war es mit unserer Folge zu süchtig machendem Essen. Nächste Woche sprechen wir über Kopfverletzungen. Auch bei leichten Gehirnerschütterungen sollte man nämlich echt aufpassen. Das als kleiner Hinweis für die Eltern fußballspielender Kids. Hayvi, wie viele Bälle hast du in deinem Leben so gegen den Kopf bekommen oder bist du eher mit dem Beckenrand im Schwimmbad kollidiert? Ich war immer sehr schlau und habe Kopfbälle gemieden, wie generell die Sportart Fußball. Beckenrand, muss ich allerdings zugeben, bin ich ein paar Mal gegengeschwommen. Boah. Also nächste Woche Kopfverletzungen und in zwei Wochen ist hier im Rheinland schon Karneval. Da verteilen wir Jecken gerne Bützchen, also Küsschen für alle Nicht-Jecken unter euch. Wir drücken die Daumen, dass ihr Herpes-frei durch die Karnevalstage kommt. Genau darum, um Herpes geht es dann nämlich. Schickt uns gerne jetzt schon eure Fragen dazu und natürlich zu den Kopfverletzungen per Mail an docesser.wdr.de oder per WhatsApp als Sprachnachricht. Die Nummer findet ihr wie immer in den Shownotes. Die ganzen Karnevalssüßigkeiten sind ja auf jeden Fall eine richtige Härteprobe für alle, die auf Zucker verzichten wollen. Ich weiß schon, bei uns werden die wochenlang auf dem Verbrauchercampus rumstehen, weil wieder immer jemand was mitbringt. Mal gucken, wie man da durchkommt. Herpes übrigens ist so per se nicht übertragbar. Sie ist natürlich übertragbar, aber die meisten sind eh damit infiziert. Das ist dieses Virus, was man in sich hat. Das ist das Virus, was man in sich hat. Also auch wenn die Leute immer denken, das kriegt man das Bützchen. Das ist doch die gute Nachricht für Karneval. Ja, das ist super. Wobei, wenn man dann am nächsten Tag Herpes hat, dann hat man sich doch so geekelt, dass das Immunsystem so geflascht war, dass man dann sofort sowas entwickelt hat. Aber eigentlich spricht das immer für eine Immunschwäche. Ah, okay. Also stärkt euer Immunsystem vor Karneval. Ja, ja. Also ich werde natürlich irgendwo auf einem Berg meditieren, wenn dir gefällt. Auf jeden Fall. Das ist ja so mein Ding. Ja. Tschüss. Tschüss. Frag dich fit. Ein WDR 2 Podcast.